fand der dritte ein 2 2 ...ja... Ball getroffen...so geht das... Toll... Wozu macht sie ihr Feuermalien? Ist hier in dieser Stelle...was hat sie davon? ich habe eine neue sache Was denn für Maschinengewehrschütze? Wenn man hier Maschinengewehrschützen zieht, wie ich gesehen habe. Vielleicht ist Kettling-Krieg. Das ist wahrscheinlich gemeint. Noch hört jemand. Ich würde sagen. Doch. Das wird nicht mit der ganzen Patrone. Bullshit. Ich würde sagen. Hä? Oh, nein. Die Ätzen, ey. Das geht ja gar nicht mehr. Das ist ein Schott. Ich bin auch gut. Ich bin auch gut. Trotzung. Und dann ein Kontrollen von Gläcks natürlich. Juhu. So, ich werde aber nicht wohl längst. Warum brennen die Bretter, wenn ich die Chinesisch draufmache? Warum? Hä? Was ist denn da die Logik? Das ist wirklich, das geht doch gar nicht. Gleich mal mit dem Hedgehammer. So, jetzt hier, hier wieder so ein Brenner. Schrotthau, was soll ich gerade sein? Was ist denn da? Was ist denn da? Holy shit! Was ist denn da? Was ist denn da? So, ich habe den Schützen ausgeschaltet. Gut. Ich gehe auf. Gut. So weit, so gut. Deswegen geht es natürlich noch weiter. Der Ria ist nicht gut. Wir müssen ja natürlich nur Jungs von hinten auf und zurück. Da kommt. Feind im Anmarsch! Folgt mir! Showtime! Ey, warte denn, wo ist denn noch einer? Ja toll, da ist einer. Okay. Ich gebe doch mal. Okay, los geht's. Feind in Sicht! Was macht die Tuse denn da? Was geht doch mal? Ey, diese AI ist echt so ein Kotz. Rückzug! So, jetzt ist mein Recht entschlecht, ey. Und das wird schlecht als recht. Oh, alter. Mama. So, jetzt ist das. Was ist denn? Back. Dann. Und zum Teufel ist mein Vertrauen hin. wegluft. Was schgliere, dann verkauft sie mal ich Concept, Entfernen und meinst sie aber noch Cheve haben. Oh, das ist ein Wurdehyde. Eih, du bist scheiße. Oh ja, das ist ein Wurdehyde. Oh ja, das ist ein Wurdehyde. Ah, das ist ein Wurdehyde. Oh ja, das ist ein Wurdehyde und der Wurdehyde. Oh ja, das ist ein Wurdehyde. Oh, Gott, ey! Ich glaube das war's. So. Wie ging's hier nochmal weiter? Äh. Wo war der Weg? Hm. Hm. Da nicht. Auch nicht. Wo ging's denn längs? Hm. Irgendwo Trümmer beseitigen? Hä? Wo war der Weg? Ach hier. Da ist der Weg. Ah. Los geht's. Hm. Headset richten. So. 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 Boah, da hab ich jetzt überhaupt nicht aufgepasst. Holy shit. Widerstreift man durch irgendwelche unterirdischen Kanalisationen. Was aber schwieriger ist, als es aussieht. Ich bin am Nachhinein. Ja, warum schießen die denn nicht? Das ist ja echt gewohnt. Ja, die ist wirklich. So ein Katz. Kontrollmacht. Headshot. Das war's wieder für zwei. Bis zum nächsten Mal. Wenn die nächste Gruppe reinkommt. Und. 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 Wauw. Oh, ne. Pussel. Fischer. Kemal. Ja, und dann rennt sie auch nicht zuvor. Alter, man sieht nichts mit dem Feuer. Man sollte meinen, das hilft dabei zu sehen, aber ein Scheißdreck. Ja, es sieht so aus, als wäre es jetzt nicht wo links. Ah, so, hier kann man durchgehen. Da vorne ist einer, äh... Gibt es, wenn irgendwie die Tür zu packen, dass man die Patron einfach durch die Tür platzt? Oh, die Scheiße. Oh, die Scheiße. Oh, die Scheiße. Vielen Dank.